hallo und herzlich willkommen zur sechsten folge von let's play landwirtschaft simulator 2015 auf der map heute und heute wollen wir den das hub da die ganze zeit den wald ausmisten und es war doch nicht doch es war luke der zurück geschrieben hat luke ist in der grad verreist deshalb viel spaß luke wo auch immer du hin verreist ist wenn du die folge siehst daumen hoch wie immer alles klar genau sonst darfst du nicht mehr mit aufnehmen gut wie viel kostet dieser also wie viel kostet dieser scorpion king zum ausleihen das interessiert mich also hallo erstmal piston bull ist auch wieder dabei ist nicht dabei ist nur eine illusion glaubt ihm nicht gut dann nehmen wir so ein stehpaar tun wir den ausleihen was keine ahnung wovon du redest ich mache so ein so ein ding holzkipper mietfahrzeug steht beim händler bereit gut da steht da server der mietvertrag von schäfer lkl läuft in 59 minuten aus ja gut das reicht locker was auch gesehen ja komm mal was mein moment noch ein noch eine fahrt habe ich fertig okay dann schnapp ich mir mal den geil das ist jetzt lustig du musst dann zum händler kommen ohje dann fähre ich mich schon wieder warte ich fahr dann zum händler und nee du tappst dich einfach rein wie kann ich eigentlich zurück tappen shift also linkes shift und den gleichzeitig gedrückt okay und warte morgens sagte das morgen auch ja okay du bist auf jeden fall wieder in den nächsten ss folgen am start hoffentlich ich vielleicht auch mal wieder du auch wenn du zeit hast also wie schaut's aus morgen nein heute also mit deinem ding oh geil ne lieferfahne ich bin auch im moment dabei für alle ls fans eine map zu bauen oh gott das wird kompletter push bestimmt schlimmer als pistonbully modding team ah das wortspiel weiß pistonbully modding team und äh okay weil pistonbully das macht und deshalb versteht schon was ich meine aber ich spiel nur privat drauf vielleicht geb ich's mir mail hin ja gib's mir oh gott so also ich bin fertig wo fahr ich das gerät hin moment steig aus da spielst du ja nein nein bist du noch da ich hab mich verfahren ja viel spaß ok hier steig aus ich hab mich verfahren ja viel spaß ok hier steig aus ich wollte gerade schreiben ich hab ja die konsole aktiviert na muss ich auch noch machen was die nicht aktiviert nein das ist so geil lass mich mitfahren du kannst dich aber schon mal in den forstwagen rein alles klar ist das schwul ach nee nein das war kein witz gegen homosexuelle bei fragen und kriterien bitte an jodasnike.com geil hier kann man irgendwas abladen könntest du mal eine eigene website machen mit jimdo ach ja deine seilwaren ding 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 nö aber ich würde mal machen so mit deinem kanal bringt's nicht wirklich so dann mach halt ein instagram oder facebook account erst ab 100 vielleicht als kleines schenk so ich komm mal zum händler geht büß zu info noch zu meiner map vom letzten mal ich weiß gar nicht ob das in der folge erzählt hat das in der folge das in der aufnahme erzählt alle die räute nehmen hier alle die räute spielen ich hab ein paar häuser geklaut ok lol nein nicht im ernst der schnee bleibt bei uns liegen geil wie gesagt schneit immer noch und der schnee bleibt einfach liegen what the fuck der april der april der macht was er will ich glaub ich mach mein modellschigebiet nochmal auf also wär ne anlage betriebsbereit im moment weil ich baue ja grad meinen hügel deshalb in der schippe ist grad baustopp wegen dem schlechten wetter so fissenbully sieh ich mich ja siehst du mich schwul sitzen ja ähm nein und ich unterbitte mir dass du dieses wort schwul aus deinem wortschatz entfernst ok siehst du mich so homosexuell sitzen es klingt zwar gesittigter aber irgendwie in dem zusammenhang klingt es noch dämischer oh das liegt so jetzt wollte ich schon wieder sagen so dämlich oh ich hab vergessen den schwader wegzufahren alles klar ja das sieht so geil aus warte wo tun wir ähm holzen bei uns am hof ja stimmt bei der rückfahrt bei der rückfahrt fahr ich dann siehst du mal wie cool das aussieht ja was heißt rückfahrt wir müssen hier das dann das holz wegbringen ja dann halt beim wegfahren weißt du überhaupt wo es hingeht ah ich glaub ich weiß sogar wo es hingeht also äh alle aussteigen alle aussteigen lass den lass den greifen in Ruhe ist Mülli nein ui warte ich hab mir noch gar keine Motorsäge gekauft sollte ich machen ok so fast mhm zurück 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 uuuh ich bin jetzt Gangster geworden oja warte wo kann man das nochmal drehen haha warte aah gut ich bin gut ich bin irgendwie mag der Baum nicht gefällt werden lass mich doch 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 mag gefällt werden also irgendwie egal ich hab auch eine mach mal du du ja ok Moment ich guck mir einfach mal die nächsten ne du musst zuschauen wie ich das mach auch noch und Baum fällt und ja hm du machst immer die kleinen so entholzen quasi ok jetzt kommts jetzt fällt er auf den Traktor jo ach wollte schon aufladen nicht alles fällen gell ne obwohl doch fäll alles fäll alles fäll alles hatte ich nicht vor ne ach voll auf mich gefallen he he jo der Baum haut noch ab alles klar nein 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 äh ja 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 so gut dann kann ich nämlich schon mal alter ich häng hier fest toll vielleicht so weißt du noch die Siri oh Gott ja Leute ich glaub die ist beim Livestream dabei die hab ich mir jetzt auch geholt meiner Empfehlung nachgekommen so in etwa du mein ach ich glaub es wird ne bisschen längere äh folge folge genau ganze fix ich kann den scheiß Baum nicht ähm zerteilen er geht wie lange haben wir jetzt schon äh guck ich kurz mal äh 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 zehn Minuten ich denk mal hier werden wir jetzt in der Folge werden wir alle Bäume gefällt kriegen ja ja eben fünf Minuten muss ich abfahren dann lässt mich der Pistenbully hier alleine richtig das sieht so witzig aus du hast so'n Holzfällerhelm auf geil schau mich mal an hier wo bist du hier hinter dir naja wie gesagt Sicherheit geht vor ganz klar ja irgendwie irgendwie ah doch funktioniert Baumwelt so ok ok der fällt irgendwie nicht um hier oder doch ja leck mir steht er noch steht er bei dir noch warte ich schau gleich wie wär's denn später joda wie später gegen abend was ist mit dir abend aufnahme ich weiß nicht sonst halt morgen vielleicht bei mir bleibt der Baum Baum irgendwo immer stehen alter Falter Junge das schneit und es bleibt einfach liegen ok das ist richtig ähm hier krass da ist es der Baum der hier noch steht ja jetzt fällt er ich hab deinen Baum gefällt joda noch da joda alles klar ja Leute wenn ihr das hört er ist wahrscheinlich AFK oder irgendwie sowas jetzt schreibt er eh so Entschuldigung nix Problem ich will mich für mein unangemessenes Verhalten entschuldigen die die Äste sind ein bisschen blöd ne die hängen hier einfach so in der Luft also Logi du bist am Start hm weißt du es? vergiss es so warte mal du musst einfach nur mit der Motorsäge laufen nach unten zeigen über den Baum laufen dann ist er schon entlastet das läuft so einfach schau mir zu schau mir zu ist er schon wieder weg was? ne ich bin hier nur grad sehr konzentriert Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Erst wenn ich diesen Baum hier, den Anhänger, gebracht habe. Egal. Hallo? Sag's den Zuschauern, wann kommt die Folge? Logisch, erzähl's mir. Ich weiß es nicht. Alter Falter! Morgen kommt die, die wir heute auch aufgenommen haben, oder? Ne, die wir das letzte Mal aufgenommen haben, ohne Logisch davon zu erzählen. Und wir haben jetzt hier den Wald abgeholzt. Beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall den Wald hier alles clearen. Und wir auf jeden Fall mit den Stämmen... Ah, ich hab ne Idee, vielleicht nehmen wir da uns so ein... Der Timer ist abgelaufen. Vielleicht nehmen wir uns dann so eine... Wo haben wir sie? Äh... Äh... Hier, Forstgeräte, so eine FSI-Power-Tag, ähm... So eine Klamm... Ne, nicht das, sondern... Gab's das? Gibt's das hier? Ne, das... Oh, das war ja Forst-Mod, wo es das damals gab. So eine Klamm zum hinten, für den Rücken, zum Rücken. Mit der Säge bin ich grad in deinem Gesicht, lol. Lass die Säge aus meinem Gesicht, Junge. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn's euch gefallen hat, gebt nen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht und... Tschüss! Tschüssiis! Tschüssiis! So, jetzt muss ich nur noch den Stopp für die Aufnahme...